Hallo und willkommen zurück zu Angelesen, Geschichten aus Südosteuropa. Mein Name ist Susanne Bormann und ich lese heute für euch aus dem Roman Sonnenschein von Dasha Drindic, erschienen bei Hoffmann und Kampe, übersetzt von Brigitte Döbert und Blanka Stipedic. Sie heißt Haya Tedeschi, geboren am 9. Februar 1923 in Gurdizie. In ihren Dokumenten steht, dass sie noch im gleichen Jahr, am 8. Juni, von Pfarrer Aldo Boskin getauft wurde, an den sie sich natürlich nicht erinnert, ebenso wenig wie an ihre Taufpatin Margarita Colenz. Die Taufe wird von Don Carlo Baubela geleitet. Baubela ist ein deutscher Name. Sie begegnet Don Carlo Baubela im Herbst 1944, als er schon alt ist, gebückt geht und mit zitternden, halb erfrorenen Händen, eiskalten Händen, die nach Thymian und Tabak riechen, den Segen spendet. Gurdizia ist ein hübsches Städtchen. Gurdizia ist Schauplatz interessanter Geschichten, kleiner Familiengeschichten wie ihrer. Viele Mitglieder ihrer Familie hat sie nie kennengelernt, von vielen hat sie nicht einmal etwas gehört. Die Familien ihrer Mutter und ihres Vaters sind groß. Es gibt, es gab in Gurdizia Familien mit verworrener Geschichte. Doch ihre Geschichten sind unbedeutende Geschichten, auch wenn die Geschichte sie seit Jahrhunderten mitschleppt, so wie stromschnellen Zweige, verendetes Vieh mit aufgeblähten Bäuchen, Kühen mit Glotzaugen, Ratten ohne Schwänze, Leichen massakrierter Menschen und Selbstmörder vom Ufer fegen und mit sich reißen. In ihrer Familie hat es keine Selbstmörder gegeben. Und wenn doch, hat niemand ihr von ihnen erzählt. In Gurdizia haben einige bekannte Selbstmörder und berühmte Persönlichkeiten gelebt und sind hier gestorben. Viele waren nur auf der Durchreise, manche sind geblieben, manche wurden weggebracht. Darunter Juden und Nichtjuden. Darunter Dichter, Philosophen und Maler. Frauen und Männer. Der berühmteste Selbstmörder Gurdizias ist Carlo Michelstetter. Ihre Mutter hieß Ada Bar. Es hat Jahre gedauert, bis sie alle Angaben für einen lückenhaften Stammbaum beisammen hatte und wusste, wer mit wem in welcher Beziehung stand. Es gibt schon lange niemanden mehr, den sie fragen könnte. Nur wenige sind geblieben und deren Gedächtnis ist getrübt, löchrig, verschwimmt unter den dunklen Stempelabdrücken des Vergessens und der Verwirrung. Deren Erinnerungen flackern wie kleine in Flammen stehende Inseln, sie lassen sich nicht greifen. Die Toten stimmen ihrer Vorfahren aber, zittern, stöhnen, erheben sich aus den Winkeln ihres Zimmers, dringen aus dem Boden, der Decke kriechen durch die Ritzen der Jalousien und singen von einer ihr unbegreiflichen Vergangenheit. Wie ihre Vorfahren aussahen, weiß sie nicht. Es gibt keine Beweise, es ist nichts geblieben. Ihre Familie kullert über den Boden des Kessels ihrer Erinnerung. Die Glieder, die Tentakel ihrer Familie sind so oft eingegraben und ausgegraben worden, so verstreut, dass es unmöglich ist festzustellen, wo sie liegen. Die Organe ihrer Familie liegen überall herum. Doch das Leben ihrer Vorfahren wird immer unwichtiger für ihre Geschichte, für ihr Warten. Ihr Großvater ist in Görz geboren, ihre Mutter ist in Görz geboren, sie selbst ist in Gorizia, Goriza geboren. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ziehen sie von Ort zu Ort, leben überall. Sie kennt Görz nicht, sie kennt auch Gorizia nicht, obwohl sie schon fast 60 Jahre hier ist. Sie läuft durch die Straßen Gorizias, kurze Spaziergänge, schnelle Spaziergänge, Spaziergänge mit einem Zweck, durchreisen. Selbst wenn ihre Spaziergänge dauern, sich in die Länge ziehen an warmen Tagen, wenn sich in ihrem Zimmer eine stickige Trägheit festsetzt, bemerkt Haya an ihrer Umgebung keine nennenswerten Veränderungen. Es kommt ihr vor, als sitze sie seit 60 Jahren in einem Zimmer, das schrumpft. Einem Zimmer, dessen Wände aufeinander zurücken, an einer Miniaturdecke fast aneinanderstoßen, an einer Linie, in deren Mitte sie sitzt, zerquetscht. Sie sieht nicht, sie schaut nicht, mit Wachs in den Ohren hört sie nicht. Görz, Gorizia, das sind Erinnerungen. Sie ist sich nicht sicher, wessen Erinnerungen, ihre eigenen oder die ihrer Familie. Spaziergänge, vielleicht sind es neue Erinnerungen. Wenn sie hinausgeht, blinzelt sie in der Sonne, kauft Margeriten, setzt sich ins Café Joy und raucht. Sie ist nicht verwahrlost, trägt keine schwarze Trauerkleidung, wiegt sich nicht ständig vor und zurück, alles ist, wie es sein sollte. Sie hat einen Fernseher, sie hat kleine Erinnerungen, schnelle Erinnerungen, Erinnerungsfetzen. Sie schaukelt auf den Fäden ihrer Vergangenheit, auf den Fäden der Geschichte. Sie hängt an Spinnenweben, sie ist federleicht, um sie, in ihr ist es sehr still. Gorizia hat eine Geschichte, sie hat eine Geschichte. Die Tage sind so alt. Manchmal träumt sie. Sie zieht ihre Mutter, die in einem Plastiksack liegt. Sie zieht sie an den Füßen, will sie verstecken. Sie zieht und ihre Mutter zerfällt. Das Bein ihrer Mutter reißt ab, die Mutter ist tot, sagt aber, versteckt das Bein. Vergrab es beim Schreibwarenladen an der Kreuzung zwischen Via Seminario und Via Asculi. Den Rest bring ins Rosenthal. Das sagt sie. Ihr Großvater, ihre Großmutter und Mutter sind als Untertanen der Habsburger Monarchie geboren. Soweit sie weiß, wanderten ihre Vorfahren vor langer Zeit aus Spanien ein. Sie kommt in Italien zur Welt. In der Familie sprechen sie Deutsch, Italienisch und Slowenisch. Hauptsächlich Italienisch. Oma Marisa war ebenso wie ihr Großmutter Maria Slowenin. Beide sterben früh. Ihre Vorfahren haben sich nur wenig mit anderen Rassen und Nationalitäten gemischt. Und doch haben sie sich gemischt. Heute ist die ganze Familie vermischt. Unentwirrbar. Während des Ersten Weltkriegs kämpfte ihr Großvater Bruno Bar in der österreichischen Armee. Sein Halbbruder Roberto Golombek studierte in Wien und eröffnete dort 1924 in der Weinburggasse 16 eine zahnärztliche Ordination. Im Jahr 1939 geht Roberto Golombek nach Großbritannien, wo er in einer Fischfabrik arbeitet und die Familie Bar, die noch immer in der Via Favetti 13 lebt, von 1943 bis 1945 über unbekannte Kanäle mit Unmengen eingelegter Sardellen versorgt, die die Familie in den schwersten Zeiten des Zweiten Weltkriegs ernähren. Im Mai 1915 ist Italien nicht mehr neutral. Österreich-Ungarn will den Preis für die italienische Neutralität nicht bezahlen. Trentino, Südtirol und Istrien. Und Kriege erlauben kaum jemandem Neutralität. Beleidigt wechselt Italien die Seite und nimmt geheime Verhandlungen mit der Entente auf. Naturgemäß ist Krieg immer eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Der erste Weltkrieg war eine Auseinandersetzung zweier Parteien mit gleichem Ziel. Dem Ziel, die Welt zu erobern. Für sich, für eine Seite. Mit Kriegseintritt auf Seiten der Entente erneuert Italien seine Ansprüche auf Trentino, Triest, die slowenische Küste, Istrien, ein Teil Damatiens, und Albanien, sowie seinen Anspruch auf die türkischen Provinzen Adalia und Smyrna, die Erweiterung der Kolonien in Afrika und so weiter. Italien verlangt viel. Alles, was es nach dem Ersten Weltkrieg nicht bekommt, soll im Zweiten Weltkrieg erreicht werden. Kriege sind große Spielplätze. Junge Schnösel spielen mit Zinnsoldaten auf bunten Landkarten. Landgewinne werden eingezeichnet, dann gehen sie schlafen. Die Karten fliegen wie Papierflieger über den Himmel, landen auf Städten, Feldern, Bergen und Flüssen. Sie legen sich auf Menschen. Kleine Figuren, die dann von den großen Strategen verrückt und verschoben werden, hierhin, dorthin, zusammen mit ihren Häusern und ihren dummen Träumen. Die Landkarten entfesselter Kriegsführer verdecken, was war, begraben die Vergangenheit. Wenn das Spiel zu Ende ist, ruhen die Krieger sich aus. Dann kommen die Historiker, die aus den grausamen Spielen der unersättlichen Jungs Lügen formulieren. Eine neue Geschichte wird geschrieben, die neue Kriegsführer auf neuen Landkarten einzeichnen, damit das Spiel nie zu Ende geht. Italien schließt sich der Entente an. Es entsteht eine neue italienische Front. An der Soccia werden große Schlachten geschlagen. Die Soccia fließt durch Gorizia. Gorizia, Götz, Goriz. Die Soccia, der Isonzo, ist ein Fluss von seltsam türkiser Farbe. In seinem Bett liegt eine Geschichte, die den Historikern entgeht. Der Fluss Soccia ähnelt einem Menschen. Mal still, mal wütend. Wenn er wütet, wird er gewaltig. Wenn er still ist, singt er. 1915 schlagen die Italiener vier erbitterte Schlachten am Isonzo an der Soccia. 1916, in der sechsten Schlacht an der Soccia, insgesamt waren es elf oder zwölf, nehmen die Italiener schließlich Gorizia ein. Sie rufen, Viva, eviva Italia! Die Soccia ist rot. Er blindet. Der Regen sagt, ich heile deine Wunden. Der Regen strömt in die Soccia, heftig wie ein hemmungsloser Liebhaber. Die Soccia schweigt. Ihr vom Schlamm und blutgetrübtes Wasser steigt und dem Regen gelingt es nicht, es zu reinigen. An ihrem Grund wälzt sie Knochen mit sich, die wie eine Rassel ihren Schlaf stören. Bis heute. Die Soccia ist ein Archiv der Geschichte. Eine Lagerhalle für Kriege, Liebe, Legenden und Mythen. Sie ist die Hauptschlagader, die ihre Ufer nährt und die Organe zusammenhält, damit sie nicht auseinanderfallen. Sie ist ein seltsamer, kosmischer Strahl, in dem die Ewigkeit glitzert. Über ihr ein Netz von Brücken, die wie ausgebreitete Arme zur Umarmung rufen. Und Ungaretti singt, Questo è lisonzo, e chimelio mi sono riconosciuto, docce le fibre del universo. Anfang Juli 1906 legt der leidenschaftliche Jäger, Erzherzog Franz Ferdinand, widerwillig sein Gewehr aus der Hand und verlässt sein Lieblingsschloss Konopiste. Das Schloss Konopiste steht in einem dichten Tannenwald mitten in Böhmen, umgeben von reichen Jagdgründen. Innen ist das Schloss verkleidet mit teurem Leder und Mahagoni und voller Jagdtrophäen. Am liebsten jagt Ferdinand Wisente. Auf zwei Jagdausflügen in Schlesien hätte er fast den europäischen Bison ausgerottet. Das Schloss ist eigentlich ein vornehmer und teurer Friedhof der Tiere. In Konopiste werden die sterblichen Überreste von Ferdinands Opfern zu tausenden sorgfältig ausgestopft und in Glasvitrinen aufbewahrt. Ihre Köpfe hängen überall an den Wänden und Wände gibt es in Konopiste viele. Ihre Zähne und Hauer werden von den ortsansässigen Dentisten hingebungsvoll ausgebessert und poliert. Anschließend werden sie auf mit violettem Samt bezogenen Podesten oder in Kristallkästchen mit passenden Schmuckgravuren ausgestellt. Neben den Jagdtrophäen ist das Schloss Konopiste vollgestopft mit Möbeln, die Frantiszek aus seiner ebenfalls geliebten Villa d'Este herbeischleppt. Dann sind da die Waffen und eine Menge unterschiedlicher Rüstungen. Insgesamt 4.618 Stücke. Neben den Wisenten hegt Ferdinand eine besondere Zuneigung zum heiligen Georg. Und so hat er 3.750 Statuetten dieses christlichen Märtyrers gesammelt und alle zeigen, wie Georg den Drachen tötet. Erzherzog Ferdinand ist ein großer Sammler. Er sammelt Antiquitäten, die Bilder naiver Meister, bäuerliche Einrichtungsgegenstände, viele kleine und große, nützliche und nutzlose Gegenstände aus Keramik, Stein und Mineralien, bemaltes Glas, Uhren und Medaillen. Ein weitläufiger, gepflegter Rosengarten umgibt das Schloss. Den Rosengarten besuchen Gäste und Fachleute für Gartenbau und wenn sie den Rosengarten erblicken, stoßen alle einen Säufzer aus. Zwischen den Rosen stehen zahlreiche Renaissance-Skulpturen. 35 Jahre später fällt das Schloss Konapiste hohen SS-Offizieren auf und sie richten sich dort ihren Feriensitz ein. Hitler ordnet an, den größten Teil von Ferdinands Sammlung ins Wehrmachtsmuseum nach Prag zu bringen. Hitler ordnet weiterhin an, die 72.712 verbliebenen Exponate nach Wien zu schicken, um sie, nach dem Krieg, in sein privates, noch nicht errichtetes Museum in Linz einzugliedern. Bevor sie in Konopiste einziehen, lassen die Nazis das Schloss von außen und innen schwarz streichen. Franz Ferdinand verlässt also das Jagdschloss Konopiste, setzt sich in Wien in die Wojainer Bahn Richtung Triest und macht Halt auf der Eisenbahnbrücke in Zolk an. Zolkano. Genau über einer Schlucht, durch die die Soca, Dei Zonso, fließt. In unmittelbarer Nähe von Gurića, Nova Gurića, heute an der slowenisch-italienischen Grenze, die schon fast wieder verschwunden ist, als Folge der Geburt eines neuen, wirklich historischen Imperiums, Europa. Eine Blaskapelle spielt, Fahnen und Fähnchen der österreich-ungarischen Monarchie flattern im Wind, die schwarz-gelbe des Hauses Habsburg, die rot-weiß-grüne Handelsflagge mit den zwei Kronen, die gemeinsame Flagge des Ausgleichs und die Kriegsflagge, die keine acht Jahre später, 1915, ausgedient hat. Es ist Donnerstag. Der Himmel ist klar. Nur ein paar kleine schwarze Vögel fliegen vorüber, schnell wie ein blinzelndes Auge. Aus der Schlucht unter der Brücke weht ein Lüftchen und trägt den Duft erblühter Linden junger Tannentriebe vom Moos und kaltem Wasser heran. Die Socha fließt ruhig und klar. Sie atmet gleichmäßig und tief. Die Menge besteht vor allem aus Kindern, weil Sommerferien sind. Die Kinder winken, weil es Kinder sind. Sie wissen nichts von Geschichte. Genau zehn Jahre später werden dieselben Kinder sich an derselben Stelle in ihre Schützengräben eingraben, durch den Schlamm robben und dann in der Socha verschwinden. Und Bilder dieses festlichen Sommertages werden wie Funken, wie ein Schlaflied, wie ein Echo durch die wilden Strudel des maragdgrünen heiligen Wassers dringen. Unter ihre Lieder schlüpfen und ihnen lebewohl zuflüstern auf mindestens fünf Sprachen. Mit ihren letzten Atemzügen werden sie nach ihren Müttern rufen. Mutti, Mama, Mama Mia, O Mama, Maiko, Anjuka, Anjuka, Mamusio, Maminko. Die Vögel werden nicht fliegen. Die Vögel werden fallen. Ein schwarzer Vogelregen wird die Leichendecke der Socha werden.